Hey, na, schau mal da, hast du das schon gesehen? Wow, nice, davon wusste ich nichts. Ja, oder? Was wir da alles rausfinden können. Sie sagen uns ständig, was wir tun sollen und checken nicht, dass wir das nicht wollen. Das ist unsere Welt, da wissen wir, was läuft, wer was anderes sagt, der hat sich getäuscht. Wir haben alle Familie von überall her, aus Marokko, China, der Türkei und viele mehr. Mama glaubt, wir sind auf Facebook, da muss ich lachen. Die haben ja keinen Plan, was wir so machen. Aber jetzt sind endlich mal wir dran und wir sagen, wohin es geht, Mann? Wir haben ne Idee, wir sammeln die Daten. Genug geredet, jetzt braucht es Daten. Ja, ja, jetzt braucht es Daten, was soll das denn heißen? Schau, das ist ganz einfach. Ich erklär's dir, hör zu. Was wollt ihr wissen? Stellt euch eine Frage, dann schaut euch um. Hört hin, checkt die Lage. Passt gut auf, dass ihr nichts überseht. Das ist der Anfang, ich sag euch, wie's geht. Habt ihr die Frage? Jetzt sucht nach der Antwort. Allein sind wir nicht, da geb ich euch mein Wort. Forscherinnen, Wissenschaftler stehen uns zur Seite, aber wir sammeln Infos in unserer Reichweite. Los ging's mit ner Frage, wir haben's weit gebracht. Die Kraftexperten sind wir jetzt, die haben wir's gemacht. Wir haben geforscht und kennen uns jetzt aus. Ja, probiert es doch selber mal aus.